Heute ist Montag, das heißt es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, haben wir eigentlich noch alle Lichter am Baum? Ja, ich weiß, diese Frage klingt angesichts der Tatsache, dass gestern die Vorweihnachtszeit ganz offiziell eingebimmelt wurde, ein bisschen despektierlich, um nicht zu sagen ketzerisch. Allerdings ist sie auch nicht von mir, sondern sie stammt aus jenem Haufen Altpapier, aus dem seit über 50 Jahren in Deutschland das meist betrachtete Bild am Sonntag zusammengebastelt wird. Und das war gestern am ersten Advent wirklich erschütternd. Da wurde gleich auf Seite 2 darüber berichtet, dass in einigen Städten unseres von christlichen Wurzeln durchwachsenen Landes der Weihnachtsmarkt in Zukunft nicht mehr Weihnachtsmarkt heißen darf. Zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg. In diesem ganz offensichtlich gottverlassenen Fleckchen abendländischer Erde hat das zuständige Bezirksparlamenten mehrheitlich beschlossen, Zitat, dass grundsätzlich keine Genehmigung für Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften im öffentlichen Raum erteilt werden. Und weil Weihnachten eben eine solche Veranstaltung einer Religionsgemeinschaft sei, müsste der Weihnachtsmarkt, wenn er denn genehmigt werden soll, ab sofort Wintermarkt heißen. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass so ein Bezirksparlamentarier in Kreuzberg doch wahrlich andere Sorgen haben sollte. Aber da fragt der fromme Christenmensch sich doch zu Recht, wo soll das alles enden? Stehen wir in Deutschland jetzt vor einer großen Umbenennungswelle? Was wird aus den Christbäumen, den Christstollen, den Christrosen? Wie nennen wir in Zukunft den Weihnachtseinkauf, das Weihnachtsgebäck, die Weihnachtsgeschenke? Müssen wir jetzt die uralten Lieder, mit denen die Menschen auf den Weihnachts-, Entschuldigung, auf den Wintermärkten berieselt werden, einer generellen Textrevision unterziehen? Und was machen all die Nikoläuse und Weihnachtsmänner, die schon in den Stachlöchern stehen, um am kommenden Samstag in den Wohnzimmern und Kindertagesstätten Angst und Schrecken zu verbreiten? Von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es Winter marktet sehr. Und das Ganze dann vorgetragen im Kostüm einer religiös-neutralen Comicfigur. Mickey Mouse, komm in unser Haus. Und was wird aus all den anderen christlichen Festen und Ritualen, die seit Jahrhunderten den Jahresablauf der Gläubigen bestimmen? Das Fest der Auferstehung, die Fronleichnamsprozession, die Himmelfahrt. Werden sie dahin gerafft von jenem heidnischen Zeitgeist, der schon den St. Martinszug umnennen wollte in Sonne, Mond und Sternefest? Greifen auch hier die Bestimmungen für die Genehmigung von Veranstaltungen von religiösen Gemeinschaften im öffentlichen Raum? Oder, um noch einmal das Horrorbild vom Sonntag an die Wand zu werfen, sind das christliche Erbe, unsere Kultur, unser Selbstverständnis auf das Treiben einer Religionsgemeinschaft geschrumpft? Also wenn Sie mich fragen, gute Frage, sollte man mal drüber nachdenken.